Was geht ab, meine Überlebenskünstler? Und willkommen zurück zu einer weiteren DayZ-Folge. In dieser Folge spielen wir natürlich wieder auf dem Inferno-Server und unser Weg hat uns auch nach Celeno gebracht, wo wir es tatsächlich schon wieder getan haben. My loneliness is killing me. By the way, Celeno is halb safe. Da sind noch so ein paar Leute, die denken, dass sie kämpfen möchten. Ja, ja, Vorsicht, Jungs. Spieler bei mir, Spieler bei mir. Machen wir so. Hallo. Und unten ist eine Militärgebung. Du bist Soldat? Ja, natürlich. Wir sind die Sheriff von Celeno. Ah, okay. Du brauchst was? Du hast alles auf deinem Back. Und ich würde jetzt an dieser Stelle sagen, bleibt bis zum Ende dran, seid gespannt. Jetzt geht's los mit dem Video. Yo, hallo? Hallo? Würdest du mal bitte kurz deine Klamotten ausziehen? Tu uns den Gefallen. Okay, darfst gerne wieder anziehen. Alles cool. Funktioniert dein Mic? Ja, wir haben nur gesehen, er ist bewaffnet und er rennt in unsere Richtung. Ja. Also von mir aus kannst du gerne weiterziehen. Ich habe da jetzt kein Problem. Vielleicht willst du das Auto nehmen oder so und ihn abholen? Ich weiß ja nicht. Keine Ahnung. Nein, nein. Das Auto hätte ich es gefunden. Alles klar. Wenn ihr wissen wollt, für Gegner sind unten bei dieser Military Base dann mit dem Flughafen da. Balota Airstrip. Ja, da sitzen so sechs, sieben Leute oder so. Ich war da gerade mit Nestlux in der Party. Okay. Und da waren dann irgendwelche so Leute, die haben dann auf einmal so, kam Granny rein, alle reden so mit denen so, sprechen den anderen. Und auf einmal kommt da einer rein und knallt den ab. Ich bin zum nächsten Mal direkt weggegangen, erstmal distanziert. Oh shit, okay. Ja, die haben vollend auf freundlich und so gemacht und dann haben sie den abgeknallt. Also diese ganz beliebten Spieler. Ja. Stark. Na gut, wir ziehen jetzt sowieso mal über die Map und gucken mal, was so los ist hier. Na gut, hauen wir erstmal hier ab, oder? Also, ich wünsche dir was. Bleib am Leben. Adios. Na, Digga, Alter, die Schule war ja schon da oben, wir sind ja schon dran vorbeigelaufen. Okay, Digi, lass mal runter. Digi, Digi, unser Schakal, Digi. Guck mal, schön. Das mag er. Das sind lange Baracken, vor dem Krankenhaus. Ja, kommst du wieder hoch, oder? Komm mit. Ich bin hinter dir. Ich geh die hintere Baracken gucken. So egal bin ich dir, oder was? Schmutz, Krankenhaus war nur ein Verband. Na, mit dem Wort habe ich es euch aber angetan, ne? Mit Schmutz. Absolut. Ich spüre deine Nusschokolade in meine Bauchnahten. Ich hätte gerne mal eine Mosin jetzt langsam. Was ist das für eine Scheiße? Ja, passt mal auf, weil ich hier oben irgendwo was ticken gehört habe. Am Krankenhaus. Warst du oben auf dem Dach drauf? Ich war schon da auf dem Dach. Ja, und hier oben irgendwo habe ich es ticken gehört. Ja, nicht, dass es ganz oben ist, wenn du die Leiter hochgehst. Geh da auch wieder weg. Da, Digi, Digi. Spieler oben am Berg, Spieler oben am Berg. Am Felsen hat sich jetzt hingelegt. Gili. Ähm, nicht Zelenoberg, sondern da, wo wir immer reinrennen. Ach so, die Platte, ne? Ja, Vorsicht. Der aimt gerade direkt hier in das Fenster rein. Hat ein Gili. Nein. Versuch dir mal nicht abzudenken. Äh, ist noch jemand unten vor dem Krankenhaus in der Barakke? Wir sind ja noch nicht drinnen. Wir sind ja hier. Wir sind oben im Krankenhaus. Der moved jetzt gerade so ein bisschen. Ich könnte ihn jetzt mal ganz kurz bieten. Ich hab ihn noch nicht gespottet. Der ist, ähm, den großen Felsen. Rechts vom großen Felsen ist, ist so ein, ist der Baum. Dieser orangene Baum. Und rechts neben diesem Baum ist dieser Busch. Und genau da liegt er. Ach, der kriegt rüber. Der kriegt rüber. Der ist, der kriegt. Jetzt liegt etwas hinter dem Baum. Ja, wir gehen jetzt hin und wollen hin. Ja, ich würde auch pushen, oder? Warte mal, ich renne mal. Vielleicht lenke ich ihn ein bisschen ab. Das Witz, oh Gott. Ich hab so Angst, da immer an dem Fenster vorbeizurennen. Okay, let's go, ich bin da. Er steht auf. Er ist jetzt hinter dem großen Felsen. Müssen wir aufpassen, ne? Er ist jetzt ein bisschen im Vorteil. Vorsicht, Schuss. Ich war, ich bin ohnmächtig, ich bin ohnmächtig. Ich hab einen Schuss abgekriegt. Durch die Wand, durch. Der liegt irgendwo hier. Da ist er. It's dead, it's dead, it's dead, it's dead. Das bin ich, das bin ich hier. Vorsicht, ich bin der hier. Ich hab zwei Schmiedtoren. Wo liegst du? Oben. Oben Krankenhaus. Oberst Gitarre. Ich bin der mit der Gasmaske und der Press, weißt du. Bin schon wieder auf dem. Oh, der ist schon wieder da. Das waren zwei, ne? Der kommt hin. Ne, ich glaub nur einer, oder? Nein, das waren zwei. Oh shit. Ich hab nur halbes Leben. Ich guck gerade, ob ich irgendwas... Oh, ich gucke auch. Geh hin, ich aim die Tür ab. Ihr seid unten im Krankenhaus? Seid ihr unten? Ja, ja. Der kommt runter vor runter. Okay, warte, ich bleib hier oben dann. Nice, der hat ja eine VSD für mich. Ja, und der hat hier eine Lade für mich. Der Gilly noch ein. Ich kriege einen links. Hast du den Gilly gehabt? Ja, ja, der Gilly liegt hier. Bringt mir den wer mit. Das kann ich tun. Hat es einer Morphium oder Codein? Wie sieht es mit deinem Blut aus? Blut ist komplett gut, ne? Aber ich hab nur Rotblinkende Energie. Was ist los? Ja, bei dir, bei dir, bei dir. Ja, wir kommen von dir in den Zombie rein. Was war ich? Schüsse war ich. Die Banken auch mal schon mal durch. Ich hab den Gilly jetzt in der Hand neu. Sie rennen wir kurz runter. Ja, das ist auch voll. Danke. Ich bin gerade schon mal auf dem Weg. Aber ich hab sonst keine Waffe in der Hand. Ich komm rein ins Krankenhaus. Seid ihr eigentlich hier, oder? Ah, da seid ihr. Ja, wir sind zwei. Hier. Soll ich sein Gilly nehmen? Ich würde mal sagen, das haben wir souverän hier gepusht an der Stelle. Ich bin mir gleich hier in der Kochsalz-Lösung. Wie scheiße, der mich gerade angeguckt hätte, ne? Toll, die ist kaputt. Was? Kochsalz-Lösung. Ich hab noch welche, wenn du welche brauchst. Oh, eine wird toll. Obwohl, warte, da lag noch ein Zombie. Der hat da noch eine. Oh, der hat sich auch gerade hier. Mann, nimm doch mal meine Kochsalz ab. Ich hab keinen Bock, die scheiße mit mir rumzuschleiden. Oh, den Rucksack. Schmeiß weg, das Ding. Oh, der war vordere Barak, ja, ne? Ja. Der ist jetzt alles so ein kranker Haus. Ich bin oben. Ich bin hinter dir, Schakak. Süchte eben die Treppe ab von der anderen Treppe hoch. Oh. Ich hoffe, ihr lebt noch. Ja. Ja, ja. Hat jetzt. Granate. Stark. Ist tot. Noch einer. Oh, scheiße, Granate. Wer ist tot? Alles. Nimmer, lebt noch. Stark. Ist da einer reingekommen? Ah, der ist drin. Ah, der ist tot. Nest, das war Nest. Ich hab ihn. Vorsicht, oben am Felsen hockt wieder einer. Der ist jetzt direkt hinterm Stein. Hat, glaube ich, ne Waffe. Ja, hat ne Waffe. Shit. Ich hab ihn nicht mehr im Visier. Das ist der Typ. Kann doch bei uns eine Magazin aus der Leiche nehmen hier, bitte? Der Gilly oben ist das. Ja, 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 das war der Gilly, der Typ. Außer, nein, ist nix drin. Hab ihn nicht getroffen. War das anders? Hab ihn nicht. Oh, scheiße. Rennt jetzt, rennt jetzt obere Baracken. Ist oben an der Mauer jetzt. Zweiter Spieler oben. An der Mauer. Es war nicht derselbe. Oh, shit. Ich glaube, jetzt haben wir die Scheiße angezogen, by the way. Und jetzt hängen wir mal wieder hier im Krankenhaus fest. Ey, ich will ja nix sagen, aber wir haben so Glück gehabt. Die Granate ist durch die Wand wieder raus. Noch ein Spieler an Felsen. Wer ist das von uns? Ich bin mit grüner Helm. Komplett grün Bambi mit ARK. Ja, genau, Vorsicht. Links von dir oben am Hügel ist er. Wenn du über den Steinzaun guckst. Da war der grad. Okay, der piekt jetzt hier rein. Der piekt jetzt. Okay. Moment. Ich hab mal den Tunberater. Wo sind die? Er ist tot. Gut, saubere Arbeit. So, by the way, liebe Leute, so schleicht man sich nicht an uns ran. Das ist frech. Das gibt ne Anzeige. Anzeige ist raus. Sollen wir nach Poblobe Stadt, Leute? Ja, wir werden lieber hier wegkommen. Bevor die jetzt gleich hier uns totpushen, wenn sie zu acht kommen oder so. Das liegt gleich raus. Auf drei geht's los. Let's go. Eins, zwei, drei. Ich hab so Angst. Kurzes Update hier an dieser Stelle. Wir haben uns dann auf dem Weg nach Poblobe Stadt gemacht und haben dort einen Bambi getroffen. Du brauchst was? Du hast alles auf deinem Back. Du brauchst Essen oder was, um zu trinken. Nein. Okay. Spieler hinten auf der Straße Richtung Poblobe Military. Wollte ich auch gerade sagen. Hab ich auch gerade gesagt. Der hat sich in dem Busch, glaube ich, verkrochen. Ja. Ja, da läuft einer. Vorsicht. Der, der, der aimt da gerade, ne? Der hat eine Waffe. Ja, ja. Der hat auf uns geaimt. Ja. Dort? Nein. Daneben. Wo ist der denn? Wo ist der hingerannt jetzt? Nach rechts rüber. Straße rechts rüber. Okay, ich bin hier an der Mauer. Ich check, ich check die rechte. Ich push rüber. Ich push, ich push nach rechts. Ich push rechts durch. Der hat zwei Hits abgekriegt von mir. Der war, der war ja noch ziemlich weit hinten, ne? Ja, der hat trotzdem zwei Hits abgekriegt. Ja, läuft der doch, oder? Automatischer. Ich lauf hier mit dem Oberteil, ne? Vorsicht, der muss jetzt gleich irgendwo hier vor uns sitzen. Das will ich. Habt ihr ihn? Nein, im Haus, im Haus. Ah, hier im Haus. Da war einer drinnen. Bist der hat. Darfst du noch einer, oder nicht? Ne, ne, ich bin jetzt gerade im Haus. Das bin ich, das bin ich. Nice. Ja, der ist da. Oh, wir hatten jetzt den Goethe genommen. Der war, war der aber alleine, Leute? Oder hatte der noch ein Mate dabei? Ich kann's dir nicht sagen. Der war alleine, glaube ich. Habt ihr die Magazine und so rausgenommen aus den Waffen? Nicht, dass wir jetzt gleich zurücklaufen und dann... Äh, ja, das war der, aber ich glaube nicht. Wenn ihr eh gesehen habt, das war ein München Bambi. Der hatte nur ne Arkanehand. Okay. Der hatte keine Wester. Okay, okay. Noch mal ein bisschen aufpassen. Ey, wir können auch den, wir können auch den Camper in der Toilette wegholen. In welcher Toilette? Celeno. Ach, so. Also, das Sheriff-Team räumt auf, oder wie? Ah, ich wollte mich ankündigen mit Megafon. Ab nach Celeno. Ich schmeiß ein paar Nähpfeest rein. Hallo, das heißt nicht mit Megafon, das heißt jetzt Megapon. Megapon? Ja. Okay. Aber ihr wisst schon, gell? Also, wenn ich das jetzt mit dem Megafon da durchziehe, dann sehen wir so gut wie tot fast, ne? Na und? Okay. Das ist lustige Action, wenn ich das... People from Celeno! We are the Sheriffs! So, meine Lieben, wie wir es gesagt haben, heute kommt das Sheriff-Team und räumt jetzt hier mal ganz gediegen in Celeno auf. Ich habe halt so Angst, weggesnipet zu werden, liebe Leute. Oh ja, da waren schon die ersten Schüsse hier rechts oben. Ja, okay, das war da aber oben irgendwo. Ja, das kann sein. Ich fand's. So, liebe Leute, die Sheriffs sind in Celeno. Ab sofort wird hier absolut aufgeräumt, liebe Leute. Hier wird nicht gequatscht, hier wird getötet. Ich krieg mich gleich nicht mehr rein. Oben in der Feuerwehr müssen wir ein bisschen aufpassen. Jetzt gibt es drei Fasino auf der Weiche rüber, kommt her. Ah ja, da sind ja schon welche, da haben wir schon welche gespottet. Ihr wisst Bescheid, Celeno ist unsere Hood und die wird jetzt wieder zurückerobert, meine Lieben. Das altbekannte Lied. Die haben bestimmt alle die Mücke gemacht, die Durchsage gemacht hast. Die Tür ist auch. Ich bin oben drin. Ich drehe da hoch. Ich komm rein. Das bin ich, das bin ich. Ich mach mal auf. Oh, ich hasse diesen Flur, ne? Du bist so aufgeschmissen, wenn da einer ist. Ich bin ganz oben im Tor. Nice, okay. Kein Widerstand. Ich geh noch mal ingame. Wer? Der Starker Pullover. Im Bart hinten Feuerwehr. Das ist der, der uns vorhin gequillt hat. Wer ist das hier vor mir? Das ist Percy, okay. Ich bin das. Der ist hinten im Bart drinne. Hinten Feuerwehr Bart. Wir müssen da alle gleichzeitig reinpushen. Alle kriegt er nicht. Kommen wir anders durch? Nicht wirklich. Na, ich könnte einen Nett reinwerfen. Hey, starker Pullover, na? Alles fresh? Na, schön am Campen, mein Lieber. Ich hab gedacht, du wärst nicht immer in Celeno. Hast du keine Lust zu reden? Äh, da kletzt, da ist einer draußen rumgehuscht. An der Tür. Ja. Ich hab ne Leiter hier. Da ist noch jemand auf jeden Fall jetzt. Was heißt, was heißt Leiter? Ich weiß, die Epozüge, oder draußen? Hier draußen. Unten, unten in der Feuerwehr, Leute. Wird geboxt. Hier runter. Wer ist das da? Wer ist das da, der da rennt? Ist einer in der großen Halle von uns? Hier. Vorsicht, der kommt gleich hoch. Der kommt gleich hoch. Ich... Alter, wer ist einer? Ich bin angehintet worden. Der ist hinten in der großen Halle. Zombie-Argore. Wer ist an der Treppe? Der ist an der Treppe. Wir sind das. Neusi und ich. Aber unten ist noch einer. Wo seid ihr gerade? Unten Haupteingang. In der Feuerwehr. Oben im Bad. Wer ist das hier? Der nicht, der nicht. Bitte sagt, wo ihr jetzt hinlauft, weil sonst wird es hier ein kurzes Erlebnis, glaube ich. Also wenn wir alle reinrennen würden, dann kann der... Also einer stirbt definitiv. Das ist halt... Oh, Schuss von außen. Schuss hier rein. Ja, Sniper. Ich pushe den jetzt hier im Badezimmer. Okay, ich bin bei dir. Ich nehme mal kurz meinen Schalldämpfer ab, dass ich besser zielen kann. Okay. Ich mache die Tür auf, auf drei. Eins, zwei, drei. Ich bin drin. Der ist dead. Der liegt hier schon tot. Aha. Hab ich den vielleicht mit meiner Faust derfisch? Oder war er nicht tot? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall liegt hier ein Ghillie und hier liegt der andere noch. Ja, der Ghillie bin ich. Aha. Da klettert einer hoch. Der klettert einer hoch, Jungs. Oh, an der Feuerwehr? Ja. Ich komme rein. Alter, tausend Vommies hier drin. Ja, komm, komm. Mach zu. What the fuck? Ich bin jetzt wieder hier. Ich bin an meiner Leiche. By the way, Celeno ist halb safe. Da sind noch so ein paar Leute, die denken, dass sie kämpfen möchten. Möchtet ihr nicht einfach aufgeben, euch vor der Feuerwehr einfach auf den Platz stellen. Wenn du Englisch sprachst, so put your hands up, drop your weapon. Everything is good, man. Hier ist einer. An der Tür, oder was? Ja, ja, vorsichtig, Jungs. Ist da, ist da. Ich hab ihn. Das war Kassadumm. Ich mach zu. Ich weiß aber nicht, ob du willst, oder ich. Ich weiß es auch nicht. Okay, ich hab deine... Ich hab deine... Ja, warte kurz. Türe? Ach so. Da ist noch einer. Nein, 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 nein. Ich war das, ich war das. Nein, du... Hier an der Wand. An der Wand, an der Wand. Ach so, ach so, ach so. Ich muss nachladen. Meine Waffe ist beschädigt. Der ist hier an der Wand. Wir sehen. Geh weg, geht. Geh weg von der Tür. Wenn der kommt, dann... Ja, ja, ich durch. Ja, warte mal. Ich mach mal so. Hallo. Der steht direkt vor mir. Der steht direkt vor mir. Ich bin gerade am überlegen, hier runter zu springen, den Turm hoch zu laufen und dann durch die Türe, weißt du, aufs Dach zu aimen. Oh, da war ein anderer Schuss noch. Ist der, der... Ich glaub, der Typ ist nicht... Doch! Ich hab ihn. Stark, stark. Stark, stark. Ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot. Ich bin... Schüße, ne? Vorsicht, das kam aus dem Piano. Ich bin im Tower, ich bin im Tower oben. Wir müssen... Oh, ich muss mich kurz bandagieren. Ja, Piano, also neben dem Piano. Das muss, glaub ich, unten sein. Also, der ist nicht im Piano. Ich bin seleno. Stark. Der ist irgendwo da unten an dem Auto irgendwo. Achtung, ich komm jetzt bei euch wieder rein, oben an der Tür. Ich jump... Oh, Schuss auf mich. Ich bin das, ich bin das. Ich seh's. Ah, ich weiß von wo. Aus dem Double Brown schießt er. Ich hab's grad gesehen. Ja, ja, ja. Nicht, nicht gucken, nicht gucken, nicht gucken. Aus dem Double Brown schießt er. Mach mal die Tür wieder zu. Vorsicht aber. Weil der hat perfektes Aim. Ja, Vorsicht. Wie viele sind denn jetzt hier? Der hat von uns... Schoko und Percy, oder? Ne, noise. Ne, noise. Scheiße. Gib mir einer ganz kurz Deckung. Ich zerschneide hier. Ähm, Schoko ist ja seleno, ne? Hm, komm gleich wieder. Ich zerschneide dich mal. Nicht betrachtig. Aber... Ich bin grad dran. Hörst du? Ja. Ist irgendjemand da draußen? Ich brauche Hilfe. Meine Freunde hier drin. Große Probleme. Viele Blut, Blut. Schweine, die wollen nicht mit mir reden. Warum wollen die nicht mit dir reden? Weiß nicht. Keiner antwortet. Absolute Assis hier auf diesem Server. Was ist das für ein Server hier? Was ist das denn? Der Schoko hier wieder mit seinen absolut kranken Knicklichtern. Das ist kein Knicklicht. Das ist dieses komische Eis. Kennst du das nicht? Dieses Wasser-Eis? Achso. Wie das sich anhört. Ja. Wo du zweimal dran nütchen tustest, dann hat es keinen Geschmack mehr. Das ist einfach nur noch trockeneis. Geil. Okay Leute, was ist der Plan? Neu sie seine Sachen haben wir ja soweit, ne? Ja. Spieler. Spieler bei mir. Spieler bei mir. Hinten an der Türe. Bist du tot oder was? Nein, nein, nein. Ich pushe zurück. Okay, du gehst mir grad in Schusshaus. Ich blute einmal. Ich muss mich kurz bandagieren. Der hat mich ganz schön erwischt. Oh Gott, es ist nicht. Ihr habt es, na? Ich gehe mal nach vorne und mache die Tür schnell. Wer hat die Treppe? Wer hat die Treppe? Ich mache die Treppe. Das ging daneben. Percy ist tot? Ne, ne. Ich lebe noch. Wir haben es versucht. Einer ist hinten an der Treppe, ne? Schoko. Ja. Ich stehe hier vorne neben der Tür. Verbindet sich einer von euch? Der bandagiert sich. Ich spring runter. Ich bin bei dir. Nein, ich habe nur halbes Leben. Ab ihn. Nice. Starker Pullover. Das war starker Pullover. Oh Percy, ich habe dich grad so hängen lassen. Sorry, Mann. Ich komme zu euch runter. Ich blute. Warte. Wo bist du? Ich bin unten am Turm. Wer ist das? Das ist Chakar. Vorsicht, Zombie. Seid ihr Chakar? Ja, ja. Dort. Wer ist denn das hier? Ach, du schuld. Ja, die große Base, die wir letztes Mal gemeint haben. Komm mit. Gucken, ob sie neuen Lutern gepackt haben. Tatsächlich, Alter. So, liebe Leute, by the way, zieht euch mal dieses Ding rein. Was wollten die da bauen, Alter? Flak-Turm. Lul. Hier waren wir doch schon mal drin. Ja, aber das haben wir doch Rays. Ja, aber da spondiert es mal neue Lutern. Oh, nee, doch. Nee, ist nett. Wegen Minen oder so? Alter, bin ich buggy jetzt? Nein. Wenn wir uns da oben hinlegen, kann uns da jemand wegsnipen. Nein, gell? Das ist so hoch, dass du kein Aim da drauf hast, oder? Das kann ich Ihnen sagen. Alter, was haben denn die hier alles drin, bitte? Da war das doch noch voller. Hier, by the way, deswegen finden die Leute halt nichts. Weil nichts mehr spawnt, ne? Das ist halt ganz normal. Ja, gleich mal wegschmeißen den Lachs. Mann. Ey, es lag so extrem. Wie kann man hier überhaupt bauen, Alter? Wer macht denn da ein Lagerfeuer? Macht kein Lagerfeuer, ja. Ich bringe die Kunde. Kurze Info hier an dieser Stelle. Es war so spät, dass wir dann real life erstmal schlafen gegangen sind. Und einen Tag später haben wir uns in Kumarovo wieder getroffen. Ja, guck mal, da ist noch einer. Edison Lokao. Der hat bei mir ganz hell gesprochen. Hallo? What? Hello? Hello, my friend. What's this place? This place is Kumarovo. You know? Hey, you know, but... What is this place? Here, here. This place is Kumarovo. Right, but... The coast is army. Yeah, it's army, so when you... Yeah, when you walk this road, right to the sun, when you walk right into the sun, you come to Beloda. And below there is a military area. And below there is a military area. Okay, thanks. But you are soldiers. Yeah, welcome. But... You are soldiers? Okay, what do you want? Okay. Okay. Bye. Okay, man. So stay safe. Stay friendly. I hope you arrived your Beloda military area. Bye bye. Bye bye. Die gibt's. Die gibt's. Ich gehöre mit ihm. Ich gehöre mit ihm. Oder was kann? Ähm ... Gott. Naja. Das ist so was. Ernsthaft? Ja, wie? Der hat's. Bambi. Der hieß ... Oh, Schuss. Noch'n Schuss. Ich wurde gehittet. Ich komm wieder weg. Wo seid ihr? Oben aus dem Wald. Ja, ich lauf rechts rum. Ich lauf rechts rum. Also ganz rechts in dem letzten Hausaufbau. Ich lauf links. Perfekt, ich lauf geradeaus. Perfekt, ich hab uns gegenseitig erlebt. Bist du da jetzt noch, äh, Police? Ich bin noch einer Police, ja. Was wüssten wir, wenn er dieses Wettbewerb aufgeladen hat? Oh shit, ist schlecht. Ich hoffe, er ist schlecht. Hat jemand von euch eine Polizei-Mütze auf? Nein, oder? Nein. Was heißt zweiten Haus? Hab einen. Server. Wer ist der? Ja, ich komm gerade an. Irgendwas mit Epopo und was. Epolo. Äh, wer ist das hier? Ich, 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 alles gut. Oh, unten auf der Straße. Ich komm raus. Ich hab nur halbes Leben, oder? Scheiße. Halbes Leben, ja dann. Bleib du da oben. Hausarrest. Wo waren wir? Ah, ich sehe den Spieler unten. Rot, grün unten. Ist jetzt gerade reingelaufen. Ist immer noch drin. Ist immer noch drin. Auf der Straße da hinten, an der Doppel. Wer war das gerade an dem beisenden Haus? Wer hat den rosen Rucksack auf? Wer hat den rosen Rucksack auf? Wer ist jetzt alles an dem rot-grünen Gebäude bitte? Ich bin jetzt hier hinten auf der anderen Straße. Hab einen, hab einen, hab einen. Doktor Mac Manikara. Hintz Ambition House. Ich komm jetzt auf so einen Modus. Ich bin Hintz Ambition House. Ja, das war er hier, das war er hier. Das waren zwei, oder? Wer ist denn da von der Straße hier reingerannt? Das war der hier. Oh, da war noch einer. Da war noch einer. Oben die Tür ist zu. Da ist einer, da ist einer, da ist einer. Oh. Zwei, da sind zwei. Oh, soft. Hinterm Schrank. Beide tot. Eigentlich. Hinterm Schrank weiß ich nicht. Ich bin tot. Ich bin tot. Der, der Bosel ZZ Keeper ist getötet. Malbroker hat den IOPRZ getötet. Ich hab Doktor Mac Manara getötet. Und ich hab den Diego getötet. Und ich hab den Diego getötet. Also der ICB. Der ist nicht mehr hier drin. Sie sind alle tot? Wtf? Wtf? Nee, er liegt nicht da. Liegen da unsere Leichen noch, oder was? Alles liegt hier unten. Also ich hab mein M4. Und einige Mags eigentlich noch. Ich hab, ich hab mein M4. Ja, ja, ich... Ich hoffe, das verschwindet nicht. Aber ich bin nicht da. Ja, ich bin auch gleich. Ich bin ein Piricino gespawnt. Ich muss erstmal was suchen. Ich bin ein Piricino gespawnt. Ich bin ein Piricino gespawnt. Ich bin Palota. Äh, nee. Pablo. So, liebe Leute. Ich würde an dieser Stelle jetzt sagen, wir sind am Ende von diesem Video. Ihr wisst Bescheid. Über eine Bewertung und Kommentare würde ich mich natürlich mega freuen. Und natürlich, wie gewohnt, hier in der Endscene habe ich noch andere DayZ-Videos für euch mit drin. Schaut doch vorbei. Vielleicht findet ihr das ein oder andere gute Video. Und in diesem Sinne, liebe Leute, bleibt geschmeidig. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.